Der 22-jährige Jack Shepard, der eine Lehre zum Tischler macht, wird Ende April 1724 festgenommen, da er zahlreiche Diebstähle begangen hat. Er wird bereits scherzhaft Annis Jack, also der ehrliche Jack genannt. Nur drei Stunden nach seiner Festnahme gelingt ihm die Flucht aus dem Gefängnis an zusammengeknoteten Bettlaken. Drei Wochen später, am 19. Mai, wird er erneut festgenommen und als seine Frau ihn am nächsten Tag besuchen kommt, wird sie ebenfalls mit eingesperrt. Beide entkommen sechs Tage später wieder, indem sie sich an Bettlaken abseilen. Nach seiner dritten Festnahme am 23. Juli erhält Jack die Todesstrafe. Er flüchtet während eines Besuchs seiner Frau in Frauenkleidung aus dem Gefängnis. Nachdem er zwei Wochen später erneut geschnappt wird, entkommt er übers Dach der Gefängniskapelle auf das Dach eines angrenzenden Hauses. Am 29. Oktober 1724 wird er zum letzten Mal festgenommen. Er lehnt es ab, andere Diebe zu verraten, um die Todesstrafe abzuwenden und wird am 16. November hingerichtet. Für Kriminalfälle in voller Länge schaut mal auf meinem Kanal vorbei, nicht nur wenn es dunkel wird. Bis gleich!